Shannon Doherty gibt auf Instagram völlig offen einen Einblick in ihren momentanen Alltag. Sie teilt ein Selfie aus ihrem Bett und erzählt, warum es ihr aktuell schwerfällt, in den Tag zu starten. Zudem offenbart sie, dass sie bedroht wurde. Shannon Doherty beginnt ihre emotionalen Zeilen wie folgt. Heute war ein schwerer Tag. Offensichtliche Gründe und nicht so offensichtliche Gründe. Aber jeden Tag raffe ich mich auf und hoffe, dass ich es besser mache. Dass die Menschen es besser machen. Dass das Offensichtliche nicht so kompliziert ist. Dann enthüllt sie, dass sie bedroht wurde. Während ich mir Liebe und Frieden schicke, sende ich auch Liebe an jeden Einzelnen von euch. Auch an diejenigen, die mich in der letzten Woche bedroht haben. Möge Gott in euren Herzen sein. So offen ihre Worte auch klingen, eindeutig sind sie nicht. Es bleibt die Frage, was genau Shannon Doherty aktuell beschäftigt und mit welcher Bedrohung sie in der letzten Woche konfrontiert wurde. Darüber können ihre besorgten Fans aktuell nur spekulieren. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.